Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch Zuschauerinnen und Zuschauer vor einer weiteren Folge unseres Scientists for Future Podcasts Interviews for Future. Wir beginnen das neue Jahr mit einer ganzen Reihe an Interviews. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das Interview tatsächlich das ist, was dann als erstes erscheint, aber in einer Reihe von vier, fünf Interviews wird es jetzt relativ bald erscheinen. Wenn Sie es jetzt schon hören und sehen, ist es ja dann auch schon öffentlich. Ich habe heute eingeladen den Prof. Dr. Andreas Knie. Hallo. Hallo. Ich würde mal so ein bisschen, was ich über Sie so rausrecherchiert habe, Überblick. Sie können sich dann auch noch ein bisschen sortieren, wo was richtig oder falsch oder am besten vielleicht was fehlt oder zu überdeutlich ist. Sie sind Politikwissenschaftler, auch in der Sozialforschung tätig. Wissenschaftsforschung, Technikforschung, Mobilitätsforschung sind Leiter der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Ist das richtig? Ja, mittlerweile bin ich Lager-Co-Leiter mit meinem Kollegen, wird Kanzler der Forschungsgruppe Digitale Mobilität. Wir machen also Wissenschaftsforschung und Mobilität. Alles klar. Also Mobilität ist bei Ihnen auf jeden Fall ein Fokus. Das ist ja auch das, wo wir uns hier drüber unterhalten werden und sind, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich wäre beinahe darauf reingefallen. Ich habe eine Rede von Ihnen bei den Grünen gesehen. Aber Sie sind SPD-Mitglied bei der... Nein, 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 um das zu willen. Nein, ich bin nicht SPD-Mitglied. Also die Fraktion Heidelberg schreibt das auf Ihrer Homepage. Ja, die Fraktion Heidelberg, das mal ändern. Ah ja gut, dann sollten Sie das mal tun. Ich war niemals SPD-Mitglied und ich würde sagen, ich werde auch niemals SPD-Mitglied. Welche Gründe hat das denn? Weil wir alle Sozialdemokraten, also meine Generation, Jahrgang 60, die 60er sind alle Sozialdemokraten, denn alles, was wir haben, ist sozialdemokratische Politik, hat auch viel mit Mobilität zu tun. Wir konnten raus aus den ländlichen Räumen hinein in die Städte, aber wir haben damit auch erst leider gemerkt, was den Sozialdemokraten noch alles so fehlt und das sind Sie nicht bereit, neu zu lernen. Und da Sie immer noch in der Partei stecken, in der Sie in den 60er Jahren steckten, ist das leider keine Partei, die für die Zukunft auch noch zählt hat. Haben Sie da Hoffnungen, dass sich das vielleicht mit der jüngeren Generation mal ändern mag? Weil Sozialdemokratie ist ja jetzt erstmal per se nichts Schlechtes. Nein, wie gesagt, wir sind ja alle Sozialdemokraten, aber man müsste dann auch mal gucken, dass wir nicht in den Jahren 1960 leben. Wir brauchen nicht mehr neue Autobahnen und es gibt nach wie vor keine Verkehrswende oder keine kritische Verkehrsdiskussion innerhalb der SPD, gerade hier im Land Berlin, wird gerade wieder das Eigenheim, das Renten, das Rhein-End-Haus, die Kleinfamilie mit dem eigenen Auto hofiert. Das sind Lebensmodelle, also Sozialdemokraten propagieren und Lebensmodelle unterstützen, die es eigentlich nicht mehr gibt. Und wenn Sie das nicht lernen, dann werden Sie tatsächlich, was man nicht hoffen darf, tatsächlich mit diesen Lebensmodellen untergehen. Es ist wie Moncherie, es ist wie Porsche. Irgendwann ist die Zeit dieser Produkte vorbei. Weiter nochmal die Grenze von der SPD allgemein in die Politik. Ist ja auf verschiedensten Strömungen ein sehr alt hergebrachtes. Wie Sie sagen zum Beispiel, neue Autobahnen ist jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt das Verbrauchen oder den Leuten möglichst viele Autos zu verkaufen und so weiter und so fort. Das ist ja alles jetzt sachlich gesehen super leicht verständlich. Also korrigieren Sie mich, wenn die Zahl falsch ist, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass wir bei 40 Millionen Privathaushalten in Deutschland 60 Millionen PKWs haben. Da muss ich nicht viel Mathe können, um zu verstehen, dass man vielleicht auch die PKW-Produktion erstmal eher runterfahren könnte, vielleicht sogar sollte. Haben Sie eine Idee, woher das kommen könnte, dass Leute, die sich damit sachlich, auch beruflich, politisch beschäftigen, das nicht sehen oder nicht sehen wollen, dass wir in einer Veränderung stecken, die kommen muss? Ja, das ist natürlich schon die Schlüssenfrage. Also wir haben tatsächlich nicht ganz so viele Personenhaushalte wie 60 Millionen, aber die Tendenz geht zum Ein-Personen-Haushalt oder 1,5-Personen-Haushalt. Und bei 80 Millionen kann man sich ausrechnen, Haushalte darf es mal werden. In den Städten haben wir schon die dominante Figur, gerade hier in Berlin oder in Hamburg oder in München, ist der Ein-Personen-Haushalt. Also die Haushalte werden mehr und kleiner. Und die Zahl der PKWs, die wir haben, im Moment sind 47 Millionen. Und ein Bild, was wir immer gerne benutzen, ist, dass die ganze Bevölkerung in unserer Republik in diese Fahrzeuge einsteigen könnte. Wir konnten sogar noch unsere Gäste mitnehmen und keiner müsste auf die Rücksitze. Das heißt also, wir haben hier echt massenhaft gerät. Und wir haben aber, und da sind wir wieder zurück bei der Sozialdemokratie, uns einen Traum vom guten Leben entwickelt, der schon in den 20er-Jahren angefangen hat und von den Nationalsozialisten massiv nach vorne getrieben worden ist. Nämlich das private Leben mit einem eigenen Haus, mit einem eigenen Auto, was eben in einer Stadt lebt, die Licht, Luft, Sonne hat, die eben nicht mehr in den Mollhauchen der 20er, 30er-Jahre verstrickt ist und die Industrie getrennt ist, wo die Vergnügungstempel getrennt verbunden sind. Und das alles sollte durch ein wunderbares Band von Autobahnen miteinander verbunden werden. Die Stadtautobahnen Hannover, aber auch Halle an der Saale oder Chemnitz sind schöne Beispiele. Das Hansaviertel hier in Berlin sind Beispiele von dieser Planung. Und da war das Auto das Schlüsselelement. Das Auto war das Versprechen auf Fortkommen, auf berufliches Fortkommen, auf Wohlstand, auf Glück. Und das Auto hatte sogar noch den Vorteil, dass man seinen Status, seine Bedeutung mit dem Auto sozusagen darstellen konnte. Hatte man einen Sechszylinder, hatte man es geschafft. War man ein Volvo, war man garantiert Oberstudienrad. Also es gab viele Möglichkeiten, sich mit diesem Auto gesellschaftlich zu positionieren. Und das ganze Modell hat in den 15, 16 Jahren im Westen, auch in der Adaption des Ostens wunderbar funktioniert. Aber spätestens in den 80ern war dieses vorbei. Wir waren verstopft, die ökologischen Ressourcen waren erschöpft, kann man sagen. Und jetzt ist dieses Modell umgetreten. Es ist aus dieser Lust am Auto eine Last geworden. Sie ist eine funktionale Notwendigkeit, der man nicht mehr rauskommt. Aber die Spirale, um zurückzukommen zur Frage, die Spirale, in der wir dieses Auto hineingesetzt haben, die Straßenverkehrsordnung, die Straßenverkehrszulassungsordnung, die Peddlerpauschale, die ganzen Bevorzugungen, die Privilegien, die wir dem Auto zugebilligt haben, die sind alle noch voll in Kraft. Das heißt, wir müssen jetzt langsam mal Reset machen und sagen, in was für einer Welt leben wir und wie ist das Korsett, dem wir stecken, wo kommt es her, was ist da noch zeitgemäß und das muss jetzt stattfinden. Und da kann man nur sagen, leben wir eben, ich sage immer gerne so, wie im Zeithalter des Schwarz-Weiß-Fernsehens noch. Wir müssen hier neue Wege gehen und wir müssen die Verkehrspolitik und die Militätspolitik insgesamt wieder politischer machen. Denn das, was wir vorfinden zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, dass man ein Auto einfach abstellen kann auf der öffentlichen Straße, ist überhaupt nicht Gott gegeben, ist noch nicht mal ein Naturgesetz, sondern es ist eine politische Willensentscheidung aus den 60er Jahren, um das Auto zu popularisieren. Das hat erfolgreich funktioniert. Jetzt ist eine andere Herausforderung da. Wie kommen wir mit dem Blech, wie kommen wir von dem Blech wieder runter? Wie können wir effizienter sein? Wie können wir nachhaltiger? Wie können wir sozial gerechter werden und diese Aufgabe stellen? Ich will nochmal auf das Beispiel mit dem Schwarz-Weiß und dann natürlich, logischer Schluss, Farbfernseher zurückkommen. Weil das heißt ja jetzt, wenn man jetzt von Schwarz-Weiß aus Farbfernseher umschaltet oder umwandelt, dann ist das ja eine Gleich- oder vielleicht sogar Mehrproduktion. Man schmeißt die ganzen alten Fernseher raus und die neuen Fernseher rein. Ist das dann die Lösung, dass man jetzt sagt, okay, man tauschen jetzt mal, um mal das Klimathema ein bisschen reinzuwurschteln, man tauschen eins zu eins Verbrennerautos gegen Elektroautos, wenn jetzt auch grüner Strom da ist zum Beispiel. Ja, also Analogien oder Metaphern haben ja immer auch Pferdefüße. Ich gebe gerne zu, also das war damals tatsächlich, wenn die jüngeren Zuschauer, ein Schwarz-Weiß-Fernseher blieb immer ein Schwarz-Weiß-Fernseher und konnte nur durch ein Farbgerät oder ein Farbfernseher ersetzt werden. In der Tat, das können wir heute aber anders. Ein Auto kann, ein privates Auto, das wir haben, kann wunderbar zu einem Bus werden, indem man nämlich anstatt mit einem Menschen durch die Gegend zu gründeln, andere Leute mitnimmt. Das ist am ländlichen Verkehr schon früher so passiert. Das kann man heute mit digitalen Plattformen wunderbar machen. Das heißt, man kann schon aus den Geräten, die wir im Moment im 1 zu 1 Verkehr haben oder die meisten sogar noch stehen, 95 Prozent seiner Zeit steht das Auto, kann man ein wunderbares Kollektiv-öffentliches Transportmittel machen. Und natürlich hinter der Frage steht ja natürlich die Annahme, dass natürlich ein 1 zu 1 Austausch des Antriebes alleine nicht reicht. Das ist, glaube ich, allen klar. 47 Millionen Pkw sind einfach zu viel vom Gleichen. Und wenn man die Hälfte, vielleicht ein Drittel in elektrischere Fahrzeuge, Batterieelektrisch mit Wasserstoff- und Brennstoffzellenfahrzeugen ergänzt hätte, dann würde es ausreichen, um unsere jetzigen Personenkilometer, die man da macht, zu realisieren. Das heißt, wir müssen uns in der Tat von der Menge des Gerätes trennen. Wir müssen sie reduzieren, die Tagegeräte müssen wir reduzieren, die Nutzungen müssen wir intensivieren. Und die Antriebe müssen wir natürlich verändern. Und das heißt, am Ende des Tages, also auch für den öffentlichen Bereich und vor allen Dingen für große Städte, es wird am Ende des Tages gar nicht mehr notwendig sein, dass man ein privates Verkehrsmittel besitzt. Also man muss kein Auto mehr besitzen. Access, wie Jeremy Rifkin schon vor fast 20 Jahren geschrieben hat, oder Nutzen schon besitzen. Die Fähring-Idee, das ist die Formel der Zukunft, die schafft eine Ressourcensenkung. Wir werden auch weniger Personenkilometer brauchen können. Und wir haben insgesamt aber doch mehr Mobilität. Wenn nicht ein Mobilität ist, etwas über den Kopf stattfindet, Verkehr ist das, was wir auf der Straße sehen. Also wir können dann tatsächlich eine Horizont-Erweiterung schaffen, ohne dass die Zahl der Flechtpisten erhöhen müssen. Sehen Sie da Möglichkeiten, den Leuten, vor allem also den Autofreunden, nenne ich es jetzt mal sehr pauschal, zu vermitteln, dass der Besitz eines Autos oder meinetwegen zwei Trittwagen und so weiter, gerade in der Stadt, also auf dem Land, das ist eine andere Geschichte, aber gerade in der Stadt, gar nicht diese Freiheit gibt, die die Werbung gerne suggeriert, sondern ganz im Gegenteil, eine große Last. Man muss mehr Geld verdienen, um sich das zu kaufen. Man muss also mehr Zeit in Arbeit aufwenden. Man hat etwas zu pflegen, immer wieder und immer wieder, sowohl finanziell, wie aber auch einfach, man muss auch mal aussaugen, das Auto. Man hat auch diese Probleme gerade, also in der Stadt, also ich weiß nicht, wie oft ich mit dem Fahrrad an Autos vorbeifahre, die irgendwo rumstehen und nicht weiterkommen, weil halt viel los ist. Trotzdem wird ja immer wieder erklärt, wow, also man muss nur die Werbung anschauen, dieser SUV, der in der freiheitlichen Landschaft rumsaust und Glück vermittelt. Sehen Sie da die Möglichkeit, wie man das Spiel dann in den Köpfen der Leute umdrehen kann? Also es passiert ja. Das ist ein, ich sage das immer gerne ganz zynisch, meint aber auch tatsächlich zynisch, das ist ein weitgehend demografisches Thema. Also, wie ich schon sagte, sind diese Menschen mit diesem Auto als Freiheitsversprechungsgerät aufgewachsen und tun sich schwer, sich von diesem Auto zu befreien. Zumal dahinter steckt ja dann auch nur die Idee, was ist, wenn die Autoindustrie in Deutschland runtergeht, dann ist ja die Industrielandschaft kaputt. Was ist mit Tempo 100 oder 120? Das würde ja die Industrie kosten, so sind wir groß geworden. Mit der Autoindustrie im Rücken, West wie Ost, uns gleichermaßen. Du hast nur da noch ein bisschen Zeit verzögert, weil jetzt endlich das Versprechen auf Glück durch das Auto da war. Und das sind, sagen wir mal, die Generationen der 60er Geborenen, also die heute so, sagen wir mal, ab 50 bis aufwärts. Die hängen mehrheitlich, gerade in den ländlichen Regionen noch, an diesem Auto. Nutzen es aber nur noch zu kleinen Teilen als Statussymbol. Das können wir sehr gut in den Umfragen immer wieder erkennen. Es gibt natürlich noch Gruppen, ich wohne hier in Kreuzberg, aus den tiefen Ebenen des Neuköllner Raums, kommen natürlich dann schon mal Männchen mit tiefer gelegten Autos. Die hört man dann schon, sobald sie losfahren. Die wachsen sich aber auch langsam aus. Und wenn sie die Generation unter 45 schon fahren, dann ist oftmals das Auto nur ein Vehikel. Und danach unter denen kommt auch kein Interesse mehr, ein Auto um die kaufen zu wollen. Das merkt man auch in den Verkaufszahlen. Man braucht das Auto noch sehr weitgehend, aber man ist nicht mehr bereit, 20.000, 30.000 Euro auszugeben oder darauf zu sparen, um dann diese Kiste vor der Tür zu haben. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass eigentlich dieser Wandel in der Bedeutung des Autos, also wir haben es genannt, von der Lust gibt es doch immer mehr die Last. Und dieser Prozess ist ja nicht nur in Deutschland so, der ist international schon längst grauengreifend. Da werden wir sicherlich noch erleben, dass in den nächsten 15 Jahren der Wandel noch mal deutlicher wird. Zum Beispiel auch das Thema autonomes Fahren, also fertig gefahren. Da muss ich unbedingt fahren. Für eine Gruppe von Männern, die, sagen wir mal, über 70 sind, undenkbar. Ich kann nicht mehr fahren, das geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht besser fahren als die Maschine. Das sagen Ihnen 35, 25-Jährige schon ganz anders. Die interessiert das schon gar nicht mehr. Also da werden wir noch in den nächsten Jahren doch einen ziemlichen kulturellen Wandel der Bedeutung des Autos erleben. Mal ganz faktisch gefragt, kann der Mensch besser fahren als die Maschine? Nein, natürlich nicht. Der Mensch denkt das nur. Deshalb baut der Mensch jedes Jahr 4.000 direkt Sterbende und fast 180.000 unmittelbar Sterbende oder sehr, sehr schwer Verletzte. Also von daher, der Mensch kann besser fahren. Weiter ab. Also da ist, wir fahren ja auch die U-Bahn selber nicht, sondern das fährt ein System. Auch die Flieger fahren durch Systeme. Die Systeme sind überall die rationaleren. Die Systeme können sich vor allen Dingen selber abschalten. Und wir haben immer noch so ein altes Kultur, ein optimistisches Modell, dass der Mensch doch in der Komplexität doch durch nichts als durch die künstliche Intelligenz ersetzbar ist. Das ist er sicherlich in seiner Zufall nicht. Aber das, was im Straßenverkehr, in diesem hochkodierten, hochverrechtlichen Raum notwendig ist, ist mehr Rationalität. Und das geht nur durch die Maschine. Und die schafft das auch. Und deshalb mehr Maschinen schaffen mehr Sicherheit. Genau, ich denke mal, kreativer schreiben als ein Computer kann ich auch. Aber schneller rechnen halt schon mal nicht mehr. Ja, es gibt noch ein paar wenige Dinge, die wir uns vorbehalten. Das sollten wir auch. Wir sollten auch kämpfen um unsere Authentizität. Aber wir sollten auch zugeben, wo Maschinen tatsächlich besser sind. Vor allen Dingen, was ich lerne, wenn sie müde werden oder wenn sie nicht mehr können, dann hören sie eben auf. Und das macht der männliche Mensch uner. Aber wird dann fehleranfälliger. Bekanntermaßen. Peak-Car, also als Stichpunkt, ist ja auch eine Geschichte, die schon ein bisschen älter ist als jetzt diese relativ neue Verkehrswende-Debatte. Mich erinnert das auch noch an den Gedanken, also das ist schon ein Weichen her. In den 80ern müsste das gewesen sein, Ende 80er, Anfang 90er. Da habe ich es zumindest selber erlebt oder mitbekommen, dass die Angst vor Peak-Oil, also dass das Öl ausgeht, ganz groß war. Das ist jetzt 30 bis 40 Jahre her, dass man quasi vor einer Situation stand, die sagt, Leute, wir können diese Autos vielleicht bald nicht mehr fahren, weil es gibt kein Öl. Jetzt kommen wir in die Situation, dass wir sagen müssen, okay, wir können diese Autos bald nicht mehr fahren. Einerseits CO2, andererseits verstopfte Straßen. Da ist doch eigentlich genug Zeit gewesen, um auch politisch mal gesehene Verkehrswende auch vielleicht sogar sanft über Jahre hinweg in die Wege zu leiten. Woran scheitert es? Ja, vielleicht nochmal kurz zu Peak-Oil. Peak-Oil gibt es ja alle 30 Jahre. Also Buna 9er ist nur entstanden, das ist ganz interessant, wenn Sie mal die 20er Jahre nehmen, die dann Standard-Oil zum Beispiel massiv versucht hat, kraftstoffe, den erwarteten Öleinbruch zu kompensieren. Also da war schon Angst, wir können kein Öl mehr haben, wir müssen das durch Kohle, das ist das Plüssige, umschaffen. Das war übrigens eine ganz große Zeit der deutschen Industrie. Der große Industrie, die dann mit amerikanischem Geld wirklich hier schon Dinge getan haben, das ging ja in den 5. Jahren so, das war die Ölpreiskrise, das kenne ich ja noch, das klingt, da könnten wir vier Sonntage lang auf den Autobahnen spazieren liegen und Fahrverbote herrschten, weil der, wie hieß das so schön, der Araber tritt uns den Ölarm ab, was er nie getan hat, er hat in Bayern ein bisschen erhöht, da wird schon gegen die Krise los und so ging das eigentlich fortwärmend. Und immer wieder haben wir genug Rohstoff gehabt, leider muss man sagen, für diesen Rohstoff werden Krieg, wir haben ja seit 120 Jahren, destabilisieren wir die Welt, dass wir diesen Zugriff auf dieses Öl brauchen. Also das sollte man zu allen Kritikern der Batterie, elektrischen Autos mal sagen, in selten Ernten, was ist denn da? Öl kommt nicht aus dem heimatlichen Garten, wird nicht zu Hause angeboten, sondern wird zu fast 40% immer noch aus Nahost bezogen, aus einem hochkomplexiösen Bereich und wir sind die Schuldigen daran. Was hat die Flüchtlingskrise mit der Dieselkrise zu tun? Jede Menge kann man da nur sagen. Das ist aber immer eine Nahe bedrohend, aber sobald es irgendwie wieder ging, war man froh, dass alles wieder lieb. Und nochmal, dieses Auto hat eine wunderbare Einlassung in unseren Alltag erfahren und wir haben es geschafft, um uns herum die Welt so bequem zu machen, dass das Auto das Maß der Dinge war. Wie gesagt, das Abstellen auf öffentlichem Raum, die permanente Vorfahrtsstraße, die Regelungen werden überall gleich, man hat freie Fahrt für freie Bürger und man kriegt sogar, wenn man viel fährt, noch von der Steuer was zu tun. Das sind wunderbare Dinge, die das Auto immer als Maß der Dinge gegenüber jedem anderen Verkehrsmittel bevorzugt hat und erst langsam dämmert uns. Das ist eigentlich auch erst seit einem Jahr unterwegs. Diese PK-Geschichte ist zwar schon länger in der Debatte, weil in den USA tatsächlich aufgrund von Zulassungsverschiebungen wir tatsächlich vier, fünf Jahre lang eine Stagnation der Zahlen hatten, die war da mittlerweile auch schon wieder verändert worden. Also wir haben immer wieder ein leichtes Ansteigen der Gesamtgerätschaften, man muss ja immer alle Segmente zusammenzählen, hat es jetzt langsam angefangen. Und die Bewusstseinswertung, dass wir zu viele Autos haben, dass wir zu viele private Autos haben, die völlig ineffizient genutzt werden und in den Städten jetzt tatsächlich ein Problem darstellen, die ist jetzt neu. Also die ist nicht nur neu für die Menschen, die es schon immer wussten, Club of Rome und wie sie alle hießen, sondern es ist neu für jeden, der in dieser Stadt wohnt und versucht man, um die Bürgersteige herumzugehen oder der vielleicht es wagt, ein Fahrrad zu nutzen, der merkt, es gibt hier ein Problem. So, und das wird jetzt benannt und da arbeiten wir auch dran, dass es tatsächlich auch einen Namen hat. Es ist das private, abgestellte Auto, was uns die Städte vermüllt. Übrigens auch am Land. Ich sage immer gerne das Beispiel Lennestadt, eine wunderbare schöne Stadt in Sauerland, die jetzt einen Stellplatzschlüssel für das Bauen von Häusern auf zwei erhöhen müssen. Das heißt, wenn sie dort ein Haus bauen, müssen sie zwei Stellplätze für ein Auto vorhalten, denn sie sind leid, weil diese Menschen ihre Autos alle auf den öffentlichen Raum abstellen und da haben sie jetzt kleine Städte, keinen Platz mehr. Also die Städte sinken, versinken im Blech und das ist, also Bewusstseinswertung, die wir jetzt erst kürzlich haben, da haben auch die Fridays in der ganzen Reihe für getan und die Städte Rebellions haben einiges getan. Jetzt kommt die Pandemie, das ist keineswegs eine Auto-Euphorie-Phase, sondern man fährt natürlich Auto, aber man kauft auch keine neuen Autos. Wir werden Ende des Jahres, die Zahlen liegen noch nicht ganz da, werden wir einen Zulassungsrückgang von fast 25, sogar vielleicht 30 Prozent haben. Das heißt also, auch die neu zulassenden Fahrzeuge werden jetzt zum ersten Mal weniger, weil die Leute merken, alleine mehr Autos sind nicht die Lösung, aber dieses Momentum ist jetzt gerade neu. Weil vorher war es ja auch wunderbar, dass es funktioniert. Die Pandemie ist da gerade interessant. Also ich bin jemand, ich habe nie einen Führerschein gemacht, vielleicht bin ich ein schlechtes Beispiel, aber ich habe das so wohl im ersten Lockdown als auch jetzt schon, also ich genieße natürlich nicht die Pandemie an sich, aber ich genieße diese Ruhe auf der Straße. Also was ich da teilweise Montagmittag spazierend war in der Innenstadt in Leipzig, wow, wie ausgestorben, aber halt Spaziergänger, aber fast keine Autos, gerade im ersten Lockdown. Sehen Sie das durchaus als einen Erlebnisfaktor, der als, sage ich mal, auch bei Leuten, die jetzt nicht so, sagen wir mal, klar wissen, was los ist, sondern einfach so stumpf so ihr Auto vor sich hin fahren, dass die das dann auch spüren, also dass das durchaus eine kritische Masse erreichen kann, dieses Gefühl, oder ist das eine sehr individuelle Geschichte? Da gibt es ja viele Sachen zu erfahren. Lazi ist tatsächlich im Moment leer, weil Lazi ist sehr homogen, was die Bevölkerungsstruktur angeht, sind sehr, 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 sehr viele Deutsche dort unterwegs. Während wir hier in Berlin sehr viel Betrieb haben, weil wir sehr, sehr, sehr viele Nichtdeutsche haben, in Frankfurt oder in anderen Städten, gerade in Westdeutschland, ist es auch anders, weil Menschen mit nichtdeutscher Herkunft haben nochmal ein anderes Verständnis von öffentlichem Raum. Dementsprechend ist auch die Wahrnehmung der Städte sehr unterschiedlich. Es gibt interessant, also wir machen ja sehr intensive empirische Forschung darüber und befragen die Leute auch in mehreren Wellen und was wir dann feststellen, ist tatsächlich, dass die Menschen, und wir haben hier in Berlin ja auch Kapital rausgezogen, diese doch deutliche Ruhe der Stadt, also vor allem der Lärmwegel ist ja deutlich nach unten gegangen und wie gesagt, selbst in Berlin ist das deutlich leerer geworden, wenn sie auch nicht so leerer geworden ist, dass das viele Leute als sehr, sehr, sehr positiv befunden haben. Und zwar quer durch alle Schichten, Klassen und Verkehrslehrnehmer. Natürlich war das eine außergewöhnliche Situation und in den Städten gibt es ja mittlerweile ein viel reflektierteres Verhalten, auch was die Kontaktsperren angeht und wir haben, das kann man hier vielleicht jetzt mal so sagen, eine deutliche Korrelation von Inzidenzien, also von Infektionszahlen, Besiedlungsdichte und die Zahl der zugelassenen Autos. Ach, okay. Wenn das hoch ist, die Zahl der zugelassenen Autos, die Besiedlungsdichte runter und jetzt kommt noch was dazu, was man einfach nicht verschweigen soll, die AfD-Wählerschaft hoch ist, haben eine hohe Ansteckungsgefahr. Übrigens auch, das ist die zweite Korrelation, die wir haben, natürlich dort, wo vor allen Dingen die Bevölkerung mit türkischer Herkunft her ist, das sind die zwei Dinge, die man immer wieder sieht, das heißt also auch noch mal eine kleine These am Rande, ÖV steckt an und Autos nicht, das ist völlig fahrlässig, diese These. Im ÖV hat man sich noch nicht angesteckt, da gibt es überhaupt keine empirische Basis, dass man das irgendwie behaupten könnte. Im Auto steckt man sich sicherlich nicht an, aber wenn man im Auto in Gegenden unterwegs ist, wo man andere Leute trifft, die dann aus den Autos aussteigen und so tun, als ob es kein Corona gäbe, die stecken sich dann an und das sieht man jetzt in den Zahlen im Bahrischen Wald, in Sachsen, in einigen ländlichen Regionen, auch in Westdeutschland, das ist nicht nur ein West-Ost-Thema, sondern es ist ein ländliches Thema von Leuten, die kein Verständnis dafür haben, was da jetzt zu tun ist und das hat auch mit der Nutzung von Autos zu tun. Letztlich ist ja die Politik gefragt, um eine Verkehrswende ins Leben zu rufen. Jetzt, wenn ich mir das so anhöre, Sie haben empirische Studien, dass ein Großteil der Stadtbewohner, ein großer Anteil der städtischen Bewohner diese Autofreiheit, mal verkürzt gesagt, genießt, was Sie jetzt noch so drumherum beschrieben haben. Wo ist denn da der politische Player, der das nutzt? Also, wäre doch, es ist ein super Thema, es ist aktuell, es ist fortschrittlich, es ist modern, es ist ökologisch. Es gibt dieses nicht, also die Grünen haben das noch am ehesten getan und tun es auch, aber die Grünen sind natürlich dann auch gefangene, man sieht es am Ministerpräsidenten Kretschmann in Bad Württemberg und man sieht es auch da, wo die Autoindustrie ist, wie in Hessen, auch in NRW, als die Grünen damals noch in der Regierung waren, dort tun sich Grüne extrem schwer, zumal Grüne dann doch mehrheitlich mit, mehrheitlich nicht überall, mit SPD zusammen sind und SPD hat nach wie vor die Allgemeinschaftsidee, die wir eben schon besprochen haben, das Auto gehört zur Welt und vor allen Dingen die Autoindustrie gehört zu dieser modernen deutschen Industriekultur und das alles macht es schwer, das Thema politisch aufzurollen, aber ich würde auch die These unterstrützen, dass das jetzt nur eine Frage der Zeit ist, also es gibt ja die Klimaliste, die langsam anfangen, das Thema nochmal von der anderen Seite aufzurollen, es wird hoffentlich nochmal wieder Aktionen geben, von den Bewegungen der sozialen und dann wird das Thema auch wieder politikfähig sein und wir haben ja jetzt auch einen Bürgerentscheid hier in Berlin, Autofreies Berlin, das kommt jetzt immer stärker, also es wird jetzt langsam politikfähig, etwas gegen die Zahl der Autos zu tun, das war lange Jahre nicht so. Und die Linke, die, sage ich mal, in so einem Thema jetzt auch durchaus Überschneidungen hat, auch nicht, passiert nichts. Sie ist auch noch wie die Sozialdemokratie im alten Fortschrittsgedanken verhaft, sie will die Arbeitsplätze sichern, ist ja auch nichts Falsches, sie will auch vor allem gute Arbeitsplätze sichern, ist auch gar nichts Falsches und das macht sie eben, indem sie das Produkt einfriert, um das es geht und damit macht sie objektiv, wie die Gewerkschaften uns auch. Natürlich das Falsche, das, was man einfriert, was man nicht, was man der Transformation entzieht, indem man es versucht, politisch stillzustellen, zu stabilisieren, indem macht man es viel schlimmer, das haben wir mit der Steinkohle schon erlebt, das haben wir mit der Steinindustrie erlebt, das haben wir mit der Braunkohle jetzt gerade erlebt und das werden wir auch mit der Autoindustrie erleben, der, das sage ich den baden-württembergischen Kollegen immer, der versucht, diese Autoindustrie zu retten, indem man jetzt die EU angreift und jetzt versucht, nicht nur die 95 Gramm, die ab dem ersten, erstens 20, 21 sollen sich jetzt gelten, zu hintergehen, sondern auch die neuen Stickoxidzahlen, Grenzwerte, die sollen drastisch reduziert werden, wer das versucht, zu verbrennen, also zu brennen, hier wird ein Produkt festfrieren, einfrieren, was nicht mehr zeitgemäß ist und dann wird der Abstieg und der, sozusagen, der Strukturbruch umso brutaler werden. Das ist ein Lernen, ein Nichtlernen, was die E-Metalle ganz, ganz stark auszeichnet und was auch zu großen Teilen die Sozialdemokratie und auch die Linke immer noch gemeinsam eint. Apropos einfrieren und, sag ich mal, den Status Quo beim Auto aus den, ich sag das mal ein bisschen überspitzt, 60ern zu behalten. Ist Ihnen der Herr Dr. Helmut Becker ein Begriff? Ex-Chef-Volkswirt von BMW? Ja, ja, und er tut sich ja des Öfteren auch mal darstellen. Hat ein schönes Zitat, also herausgelassen, das würde ich Ihnen gerne mal vorlesen, wie Sie dazu stehen. Wenn wir, wiederholt es auch immer wieder mal in abgewandelter Form, wenn wir die Verbrenner durch die E-Autos ersetzen, stehen die alle am Straßenrand rum, weil man kann sie ja nirgends laden. Und deswegen brauchen wir keine E-Autos. Ja, wenn der Aschenbecher voll ist, dann muss ich mal ein neues, ein neues Auto. Da muss man immer sehen, was hängt mit was nicht zusammen. Und natürlich, nochmal, als elektrische Autos, Batterieelektrische Autos ist auch noch eine Teillösung und wir können nicht alles elektrifizieren, sollten auch nicht alles elektrifizieren. Und dass es nur mit regenerativen Energien geht, ist ein Mantra, was alle vorbieten, das haben wir schon seit zehn Jahren auch in allen Produktzyklen und Produktlebensverläufen auch analysiert und dass wir natürlich mit der Infrastruktur ein Problem haben. Für bestimmte Segmente ist richtig, aber ich verweise gerne an die Kollegen an Tesla und sage immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also würde die deutsche Autosystem tatsächlich elektrische Fahrzeuge haben wollen, dann hätte sie natürlich die neue Infrastruktur gleich mitgebaut. Nicht jetzt erst Firmen gegründet, die halbherzig etwas machen. Tesla hat gesagt, wenn wir ein elektrisches Auto haben, brauchen wir die Infrastruktur und ratzfatz war die elektrische Infrastruktur da. Sie haben als Tesla-Fahrer überhaupt keine Sorge, dass sie nicht stehen bleiben und das hätte man in Deutschland auch machen können und es ist so, dass wir in bestimmten Innenstädten nach wie vor ein Problem haben. Wir haben auch eine falsche Gesetzgebung, gerade Verordnungen, die ganzen rechtlichen Voraussetzungen sind so kompliziert und das Geschäftsgebaren, welches zu etablieren, ist so, ich sage mal, so komplex angelegt, dass hier erstmal nicht viel zu offen ist. Da muss man noch mal ganz neu überlegen, wie man das anders anlegt. Aber zuerst müsste man ja mal den Willen haben, seitens der Bundesregierung, tatsächlich zu sagen, hier, wie mittlerweile fast Mehrzahl der deutschen großen Absatzmärkte, Absatzmärkte, also der Produkte der deutschen Autoindustrie wie China, wie Kalifornien, die ja deutlich gesagt haben, 2035 ist Schluss mit der Neuzulassung von Verbrennern. Das müsste die wollen ja auch mal nachvollziehen und dann könnte man hier ganz schnell auch was nachlesen. Aber ich bleibe dabei, die deutsche Autoindustrie und ihre unterstützenden Gruppen wie Gewerkschaften und SPD, als Linke, wollen an der Komplexität des Verbrenners festhalten, weil er Arbeitsplätze, hochbezahlte Arbeitsplätze sichert. Wir bauen tatsächlich in Deutschland die besten Diesel und auch die besten Automotoren und die kann uns so schnell keiner nachmachen. Aber die Frage ist, wie lange braucht die Welt diese Motoren noch und dass sie sie nicht mehr lange braucht, ist völlig klar und deshalb sollte man hier viel früher umsteuern und dann findet man auch Mittel und Wege sehr schnell eine entsprechende Ladeinfrastruktur zu etablieren. Gab es da nicht auch mal was? Also das fällt mir tief, tief im Hinterkopf ein. Ich glaube mit bleifrei und verbleitend Benzin oder sowas, dass es die Infrastruktur nicht gab und schwuppsdiwupps drei Jahre später hat es alles geklappt. Also gibt es da nicht dieses Beispiel schon in der Geschichte? Die Autoindustrie oder die Autoindustrie Geschichte ist voller Beispiel, wo nur allein die staatliche Interventionen wesentliche Teile überhaupt geschafft worden sind und das immer gegen den Widerstand. Also das ging schon in den 60er Jahren an, wo Smog sogar erst mal das Thema war. Das war in den USA, das war in Kalifornien mit der Kessellage dort von Los Angeles. Dort wurde dann das Thema Bleiben im Benzin schon diskutiert. Das wurde in den USA dann schon deutlich reduziert. Dann ging das mit den Plattstoffwerten nach wie vor nicht runter. Dann kam die Idee des sogenannten Drei-Wege-Katalysators, der damals eingeführt werden sollte und der brauchte eben bleifreies Benzin und dann ging das wie heute elektrische Autos und Infrastruktur, was muss zuerst und dann hat die Industrie gedacht, nein, nicht flächendeckend bleifreies Benzin angeboten wird, gibt es keine Cuts, sondern wurden die aber einfach vorgeschrieben und dann gab es plötzlich auch bleifreies Benzin. Es geht weiter mit dem Sicherheitsgurt, das geht weiter mit allen Schadstoffwerten für die Verbrennertechnologien, mit den Sicherheitsregeln. Das sind immer externe Regulierungsimpulse gewesen, die die Industrie erst mal von sich gewiesen hat, nach hinten verlagert hat, um sie dann doch einzuführen und am Ende des Tages würde keiner sich mehr an eine Zeit erinnern, wo es kein Cut gab oder kein Sicherheitsgurt. Letztlich sind das ja Sachen, um jetzt mal ein bisschen größeres Fass aufzumachen, also gut, der Privatverkehr, auch der Güterverkehr, also der Autoverkehr ist nicht allein Schuld an CO2-Ausstoß, da gibt es andere Sachen, keine Frage, aber es ist natürlich ein Anteil, definitiv und wir wissen ja, was passiert, also wenn wir mit allem, jetzt nicht nur Verkehr, sondern mit allem so weitermachen, dann haben wir in 200 Jahren eine Welt, da wird man am Nordpol vielleicht noch was anbauen können und der Rest ist vorbei, also das ist ja nicht irgendwie eine Unbequemlichkeit, die auf uns zukommt, sondern es ist ja radikal, also es ist ja wirklich ein Aussterben, vielste Tierarten sterben schon aus, Pflanzenarten sterben aus und so weiter und so weiter, also das ist ja nicht, dass wir da ein bisschen mit dealen können, man sieht es ja auch an Corona als Beispiel, was wirklich ein Klacks an Problemen ist im Vergleich zum Klimawandel und schon damit können wir ja nicht dealen, wir können ja nicht dem Virus sagen, nee, passt gerade nicht, mach mal bitte nächstes Jahr. Warum, also wo liegt es jetzt gerade bundespolitisch gesehen, also wie kurz muss man denn eigentlich denken, als, ich sage jetzt mal, Regierung, sehr verallgemeinernd, dass man den Willen eben, von dem Sie immer wieder gesprochen haben, nicht erzeugt, dass der sich nicht von selber erzeugt, also ich sage mal, überspitzt gesagt, haben die alle keine Kinder, ist es denen egal oder kapieren die es nicht, sind die dumm, wie kommt sowas zustande? Genau kann das natürlich keiner sagen, es ist ja allgemein mittlerweile bekannt, selbst ein Wirtschaftsminister fängt an, privat praktisch ein neues Klimaprogramm zu erfinden, aber als Wirtschaftsminister macht er alles, was die Dekarbonisierung der Ökonomie möglich machen würde, hinterzeigt er, man muss ja nur das neue EEG anschauen, das ist ja katastrophal, aber der ganze Energiebereich, Zubau von Erneuerbaren, wird gestoppt, wird hintertrieben, das kann man klar festhalten, gleichzeitig ist aber bekannt, dass eben genau, wie Sie beschrieben haben, wir hier dringend umsteuern müssen, was bisher völlig außen vorgenommen war, war ja der Verkehr, wir sind bei den CO2-Ausstößen deutlich über 30%, denn man muss das statistisch korrekt nehmen, also die gesamte öffentliche Verkehrslandschaft, deren Energieeinsatz, Energieeinsatz wird gar nicht dem Verkehr zugeordnet, sondern das Rektor ist free, wenn man das statistisch sauber aufzeichnet, sind wir über 30%, aber das tut sich eben gar nichts, wir haben überhaupt keine Verkehrswende-Gebatte in der Politik, wie gesagt, es steht alles still, und wenn man fragt, dann ist es natürlich immer, das sehen wir jetzt auch in Corona-Zeiten, die Politik macht gerne, was das Volk hört, also ihr habt Probleme mit Geld, wir schieben euch Geld rein, wir haben Probleme, dass ihr irgendwelche Nachteile habt, wir kompensieren das mit Geld, man sieht das ja jetzt schon bei den Restriktionen, das war ja ganz schwierig, wenn man das auf den Internen hört, diese ersten Lockdowns überhaupt zu beschließen, weil man denkt, Gott, man wird abgestraft, die AfD gewinnt, man war ganz glücklich, dass man merkte, wenn man Law & Order macht, wenn man eine harte Hand, zumindest so gewirrt, wie Herr Söder, gewinnt man sogar noch ansehen, das haben die jetzt erstmal wieder wahrgenommen, das heißt, wir haben heute nicht mehr den Typ Politiker oder Politikerin, die Willy Brandt einen Kniefall vor einer Geste bragt, die mutmaßlich zu 85 Prozent in der Bevölkerung in Deutschland nicht auf Unterstützung getroffen wäre, denn damals war die Bevölkerung natürlich mehrheitlich gegen eine Verständigung mit Polen, gegen eine Verständigung mit der Sowjetunion, sondern auf Tringen der alten Ostgebiete und Willy Brandt und viele Kollegen haben sich dagegen entschieden und haben für ihre Politik geworben, das fehlt im Moment und ich hoffe, dass die Grünen da die Grünen noch kratzen, um ganz eindeutig zu sagen, wir haben ein klares Programm, weniger Autos, mehr die Körpersisierung im Verkehr, auch über jeden Kilometer, den wir nicht machen müssen, nachzudenken und das würde ich jetzt sagen, das ist in der Bevölkerung viel, viel breiter unterwegs als gedacht, also wir haben eine Verkehrung der Situation, während früher die Politik noch sehr visionär angelegt war und die Bevölkerung eher so langsam hinterher trottete, haben wir mutmaßlich heute eine andere Situation, der Bürger ist nämlich viele Aktivitäten viel mehr im Stand, die Dinge zu erkennen, aber die Führung glaubt sozusagen, dass der Bürger noch viel weiter hinter ihm wäre und traut sich nicht, Dinge festzuschreiben, die tatsächlich notwendig wären und meine heimliche These sind vor allen Dingen die Medien, die da immer dagegen spielen, wir haben immer noch eine Bild-Zeitung, um das noch deutlich zu sagen, das ist eine Zeitung, die viel, viel kaputt gemacht hat und andere Medien, die dann sehr wenige Rufer hochschieben und hochpushen und dann Alarm, Alarm schreien und alle denken, das wäre dann so, ich meine, wir haben ja vom Kanzler, vom Kanzler, vom Altkanzler früher die Aussage, was brauche ich mehr als das Fernsehen und die Bild am Sonntag, da kann ich schon die Politik mit machen und das war ja auch was dran und das glaube ich, davon müssen wir uns verabschieden, die Medienwelt vielfältiger, wir können mehr haben und ich glaube auch, dass die Welt mittlerweile viel sensibler darauf reagiert und jetzt nochmal, letzter Satz, das muss und das geht auch nur über Verbote. Ich sage immer gerne das Beispiel des Rauchens, wir haben da sehr viele Untersuchungen gemacht, wir waren in Restaurants, als das Rauchen noch erlaubt war, haben gefragt, bitte können wir auf das Rauchen verzichten, ich esse noch, nein, das ist ja erlaubt und was wäre denn, wenn es verboten wäre, dann würde ich aufhören und so war es ja, als das Verbot kam, sofort war allen klar, ich gehe auf, ich gehe raus, ich mache das nicht und so ein zweites Beispiel zu nehmen, Inlandsflügel braucht kein Mensch bis auf wenige Ausnahmen, die kann man dann immer noch erlauben, aber in der Regel können gewerbliche Flüge im Inland gar nicht mehr stattfinden und das muss per Verbot geregelt sein, klar, es gauern einige Flughafenbetreiber, aber die Airlines wären zufrieden, alle hätten drei, vier Hubs in der Republik und da müsste man mit dem Zug hinfahren und dann könnte man auch noch ins internationale Feld hineinfliegen, aber man müsste nicht zwischen, muss man sich mal vorstellen, wir bauen ja nicht nur Autobahnen in Berlin und anderswo noch, sondern wir fliegen von Nürnberg nach München, von Köln nach Frankfurt mit dem Flugzeug, da sind ja noch Dinge, die man einfach regulatorisch einfach an den Griff kriegt, also die These ist, eigentlich könnte man das härter und klarer und eindeutiger machen, das traut sich im Moment auch keiner und ich hoffe, dass der Wahlkampf da einige klare Akzente bringt. Zumal jetzt noch was dazukommt, also die Technik ist schon da, aber das Bewusstsein kommt gerade dazu, ich sitze hier bei Leipzig, Sie sitzen bei Berlin, ich hätte jetzt auch mal mit dem Flugzeug zu Ihnen fliegen können oder Sie zu mir für das Interview, aber es ist noch nicht mal jemand in die Bahn gestiegen, also wir haben ja gar nichts, sondern einfach Laptop aufgeklappt und auch sowas, also auch eine Konferenz mit vielleicht fünf Teilnehmern ist so ja durchaus möglich, ich habe am Wochenende Seminar, das sind 25 Teilnehmer und das wird auch über so eine Konferenz laufen und auch die Erfahrung aus dem letzten Lockdown kein Problem, also das kommt ja noch oben drauf. Aber nicht alles ist ersetzbar, als Hochschullehrer sage ich, ich brauche meine Sachen, aber sowas, was wir jetzt machen oder ich habe ja jetzt eine Breckpräsentation noch in Erfurt, da hätten wir drei Stunden mehr hingefahren, hätten eine Stunde präsentiert, da hätten wir drei Stunden zurückgefahren und das haben wir wunderbar über solche Medien gemacht und haben da eine Stunde gehabt und waren alle glücklich und zufrieden. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge und vielleicht auch da eine empirische Zahl, wir gehen davon aus, dass die Arbeitsplatzbezüge im Wege nach der Pandemie, so haben wir das jemals erleben, nur noch 70 bis 50 Prozent maximal erreichen, das heißt, wir können tatsächlich durch diese Form, die Sie gerade angesprochen haben, tatsächlich effektiv Wege einsparen. Mal ein ganz anderes Beispiel, wie Sie das einschätzen, das wird jetzt momentan dieser Fehmarn-Belt-Tunnel angefangen, also die dänische Seite hat jetzt angefangen zu bauen, das ist ja auch ein, also einerseits wieder komplette Boden umgegraben, obwohl dort Korallen jetzt entdeckt wurden, also ökologisch schon nicht so schön, dann ist diese Tunnel ganz stark auf Autoverkehr, Güterautoverkehr und Privatautoverkehr ausgelegt, obwohl es auch andere Konzepte gibt, die hier mit Magnetschienenbahnen meinetwegen und so weiter. Also da gibt es andere Dinge. Das ist Milliardengelder, die da reinfließen und letztlich auch versetzen, was, wie Sie ja schon gesagt haben, sich in den nächsten fünf bis zehn, 15 Jahren verändern wird. Sind das Milliardengräber sehenden Auges oder will sich da jemand nochmal ein Denkmal setzen oder steckt da auch noch eine Sinnhaftigkeit dahinter tatsächlich? Das ist ein Teil einer Landschaft, die natürlich längst aus der Zeit gefallen ist. Also das sind ja Planungen, die mindestens 30, 35 Jahre alt sind und natürlich ist ein Interesse Dänemarks natürlich Anschluss an einen extrem starken Markt wie Deutschland zu bekommen. Das hat mit Güterverkehr, aber es hat auch mit Personenverkehr zu tun. Dänemark ist auch ein touristisches Land, das wollte man natürlich beschleunigen und man wollte insgesamt, das ist die gesamte EU-Politik, das darf man gerne nochmal daran erinnern, war, was hatte man gedacht? Man tut die Widerständigkeit des Raumes reduzieren. Man tut Grenzkontrollen abbauen, man möchte, dass die Menschen sich frei und vor allen Dingen ungedrungen und viel leichter von A nach B bewegen können und auch andere Länder kennenlernen, ohne dass sie an Zollschrappen aufgehalten werden, ohne dass sie überhaupt an Grenzen aufgehalten werden. Man hat sogar die Währung vereinheitlicht, man hat Teile der würde ich mal gerne einhaken, weil sie gesagt haben, man will, dass die Menschen sich begegnen. Also die EU ist, die Vorgänger verkürzt gesagt, ist eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Das Geld ist eine Wirtschaftsfrage, also geht es da wirklich um die Menschen oder geht es dann letztlich doch viel mehr um die Wirtschaft bei dem ganzen Konstrukt? Ja, genau genommen waren sogar die europäischen Wirtschaftsgemeinschaften, waren nämlich mehrere, die da zusammengeschlossen worden sind. Natürlich ist es getrieben von, die Widerständigkeit des Raumes sollte zuerst die Güter- und die Warenverkehr geöffnet werden, aber dann ganz klar für die Menschen. Deshalb haben wir auch ein Schengenabkommen. Übrigens natürlich nur für die innereuropäische Welt. Die außereuropäische Welt sollte natürlich da draußen bleiben. Also das war jetzt nicht für die Afrikaner. Die sollen für uns also wir wollen zwar unsere Waren wollen wir da ja absetzen und wir wollen auch Billigwaren importieren. Wir wollen auch Teile wie im schon gesprochenen im Nahost destabilisieren, damit wir immer Zugang aufs Öl haben. Aber die Menschen sollen bitte nicht zu uns kommen oder nur mit extrem hohen Hürden. Aber innerhalb dieses EU-Raumes sollten wir möglichst freiwillig bewegen und dafür braucht man eben neben Absenkung der rechtlichen Hürden immer auch Infrastrukturen und das muss man leider erkennen, wo der Straßenbau die Finanzierung hat, sind die Sachen sehr schnell organisiert. Die Schienen tun sich da extrem schwer. Wir haben immer noch kein Hochgeschwindigkeitsnetz und der Witz ist ja, dass die Deutsche Bahn AG jetzt entdeckt hat, es wäre vielleicht doch keine gute oder es wäre vielleicht doch wieder eine gute Idee, Nachtzüge einzusetzen. Das hat man ja im letzten Jahr mit großer, großer Geste verabschiedet und jetzt möchte und jetzt möchte man es 2023, in Worten 2023 vielleicht wieder einführen. Das heißt also, in notwendiger Infrastruktur tut man sich schwer, während Straßenbau ist eine eingeführte Form, wir können ganz fast Straßen bauen, Autobahnen, sind wir gerade in Deutschland wunderbar unterwegs und in Europa insgesamt, während wir bei Schienenverkehren schwer, schwer und schwer tun, wir versuchen immer international, das merken ja die Leute jetzt, und sagen, okay, okay, dann fliege ich eben nicht mehr, dann buche ich doch mal mit der Bahn was. Und das können Sie ja mal versuchen, wie weit Sie dann kommen. Da brauchen Sie wirklich nur ganz, 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 ganz kleine Ecken und die Reisebüros haben gerade zu und deshalb ist das internationale Geschäft mit Schienen überhaupt nicht möglich. Das heißt also, lange Rede, kurz zu singen, diese ganzen Infrastrukturen sind sehr, sehr lange aus dieser alten Zeit Autobahngerechte Zuordnung gebaut, geplant und werden jetzt immer noch realisiert und wir brauchen dringend in Deutschland, aber auch in Europa ein Infrastruktur-Moratorium. Wir müssen jetzt erst mal Stopp sagen, keine neue Straße wird im Moment gebaut, ohne dass man nochmal genau nachguckt, ob diese Sinnhaftigkeit dieser Straße immer noch gegeben ist. Das kann ja die eine oder andere Straße verbinden und gebaut werden, aber die Vielfalt der Aktivitäten, gerade hier in Deutschland, der BUND, hat auch eine wunderbare Liste der Unsinnigkeit, gerade der Straßenbauten, gerade der Bundesautobahnen, die ist enorm lang und wir verballern da Geld ohne Ende, als ob es kein Morgen gäbe, also das muss dringend beendet werden. Und das über der Bermann-Tammer-Belt auch, wie viele andere Infrastrukturprojekte auf EU-Ebene, auf Basis von Straßen, nochmal neu diskutiert werden. Ja, als wenn es kein Morgen gäbe, ist gut gesagt, wenn wir so weitermachen, gibt es kein Morgen mehr in der gewisser Weise. Klimawandel steht wie eine Zunahmewende vor. Für uns nicht mehr, für die Erde schon, die wird sich schon schütteln, aber wie viele sind das? Das schon, aber ich sage mal, ich spreche da schon noch aus dem Sicht des Dinosauriers, der dem Kometen die Tür aufmacht und sagt, komm doch und sich für stärker hält. Was macht sie hoffnungsvoll, dass wir den Bogen noch kriegen irgendwo? Meinetwegen gerne auf EU oder auch Deutschland politisch erstmal, wirtschaftspolitisch, wie auch immer, reduziert. Also, ich glaube, dass wir genügend Potenzial haben, das zu denken und wir haben jetzt eine eine Jugend, wenn ich das mal so sagen darf, am Stab, das auch sieht und der wir ja gerade auch nicht zu verbauen, das ist über die Sozialkassen, über die Rentenversicherung, über jetzt, was jetzt alles aufgegeben wird, das ist ja Geld, was irgendwann noch fehlt, das wird ja aus dem Kreislauf herausgezogen und kurzfristig jetzt denen zur Verfügung gestellt, die es jetzt brauchen, dass ich das jetzt alles nochmal von den Augen der Jugend nochmal neu begründen muss und wenn man sieht, wenn man auf Veranstaltungen ist und so in meinem Alter erzählt, was alles nicht mehr gemacht werden darf, was wir ändern sollten und dann hört man auch zu und ja, das ist ganz gut, das denken wir auch, aber es ist auch genauso beliebig, könnte sagen, könnte aber auch nicht sein und wenn aber dann eine junge Frau oder ein junger Mann beispielsweise von dem Fridays-Auftritt 18, 19 Jahre ist und wirklich einleitet diesen Text, den er sagt, ihr verbaut uns im wahrsten Sinne des Wortes die Zukunft und wir müssen uns jetzt neu befreien, dann ist eine hohe, hohe Aufmerksamkeitsspanne gegeben, also die Achtsamkeit, um dieses vielfach gebrauchte Wort zu nehmen gegenüber diesem jugendlichen Belang ist extrem hoch und da könnte man noch mehr machen, wenn die Parteien den Nut hätten, da auch jugendliche Menschen stärker an wichtige Stellen zu transportieren, glaube ich, dass wir da Jugend, nicht mehr Lahn, mehr bräuchten, weil er spricht dann nicht nur für sich und seine Interessen, sondern er spricht auch in einem Maße an höhere Vernunft, er appelliert an höhere Vernunft, die da ist und ich glaube, dass wir vernunftgegabte Menschen sind und dass wir uns auch, wenn wir mal in Metapherin bleiben, uns auch wieder auf ein neues Gleis setzen können. Okay, ja, von meiner Seite wäre es das jetzt erst mal, wenn Sie noch irgendwie einen Abschluss haben, der Ihnen wichtig wäre? Ein paar Minuten haben wir noch. Nö, wir haben eigentlich alles, man kann nie alles betreffen. ÖPNV hat man fast außen vor zum Beispiel, aber ÖPNV hat man jetzt zum Beispiel fast außen vor, aber irgendwo sind Grenzen. Also die Verkehrswende, also ich würde mal sagen, man muss, das sage ich so selbst zu meiner Generation, wir müssen einfach mehr politischer denken, viele Dinge, viele Dinge gerade im Verkehr gehen oder Carsharing, geht das oder funktioniert das oder Breitpooling, funktioniert das, funktioniert das nicht oder der ÖV oder welchen Umständen geht der denn, ist das denn wirklich Rückgrat, der Verkehrswende, das alles funktioniert nicht, wenn wir nicht das große Ganze sehen und das große Ganze heißt, das Auto war das maß der Dinge in der Politik und zwar das private Auto, es durfte über geparkt werden, es hat die Pensionen bekommen, es hat immer Vorgang bekommen, das muss man sehen und wenn man daneben etwas an Alternativen stellen will, muss das natürlich besser sein und das kann aber nur dann besser sein, wenn man diesem Auto diese Privilegien auch wieder nimmt. Sonst wird das nichts und das darf man nicht vergessen und das wird oft vergessen und da hoffen wir, dass wir in Deutschland die Kurve wieder kratzen, denn wir haben natürlich in unseren Nachbarländern, wir haben in Frankreich gerade sehr, sehr viel Aufbruch, das sind interessanterweise alles Frauen, die Bürgermeisterinnen sind, die in den Städten jetzt wirklich im Sinne der Aufräumarbeiten das Lench rausschieben, die Menschen sind immer sehr, sehr empfindlich, sich Alternativen zu suchen, wenn es einmal politisch klar ist, die Menschen suchen ja Klarheit und wenn die Klarheit gegeben ist, dann kommt man da schon mit und das wünschen wir uns in Deutschland auch und da müssen wir alle mit tun und da sollten wir nicht vertragt sein und da kann die Pandemie, Stichwort leere Straßen, neues Bewusstsein von dem, was wir eigentlich machen, muss das alles so sein? Also wir haben ja einen Reduktions- und Flugverkehr, das hätte man ja sich in den kühlsten Strommen nicht gedacht, der wird auch wieder zurückkommen, aber nicht mehr in dem Maß und also in dem Sinne müssen wir alles so machen wie vorher, das wäre natürlich schon gut und da glaube ich, sind wir halbwegs auf einem ersten Weg angekommen, auf einer ersten Markierung, die müssen wir natürlich auch konsequent noch weiter treiben und es liegt dann uns selber in unserem Verhalten, aber auch in unserer politischen Arbeit, diese Regeln und Reformen und vor allen Dingen die Rahmenbedingungen für das, was wir tun, auch dann anzupassen, zu verändern und nicht in einem Korsett zu leben, was aus den 50er, 60er Jahren ist und einmal einen schönen Satz von Theodor Adorno zu zitieren, es gibt eben kein richtiges Leben im Falschen, das heißt, wir können aus dieser Korsettstruktur der Verkehrspolitik der 50er, 60er Jahre keine Verkehrswende machen, wir müssen sie, das Korsett muss zerschlagen werden, es muss quasi neu etabliert werden. Ja, Herr Knie, dann würde ich mal sagen, sind Sie jetzt schon herzlich eingeladen für ein Interview in zehn Jahren, mal schauen, was sich entwickelt hat, das könnte spannend werden und danke Ihnen herzlich für die Einblicke. Gerne, gerne. Das war es. Das war es. Ich bin ein bisschen für die Einblicke. Das war es. Untertitelung des ZDF, 2020